In diesem Video zeige ich dir, wie du mit einem der Anfänger Bassgrooves den Song Take It Easy von den Eagles auf dem Bass spielen kannst. Hi, ich bin der Alex von eBassLern.de. Schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Letztens hat mir der Raphael in die Kommentare geschrieben, dass er ganz gern mal den Song Take It Easy von den Eagles spielen würde, aber hier auf YouTube nur Tutorials oder Videos dazu auf Englisch findet, ob ich dann nicht mal was auf Deutsch zu machen könnte. Raphael, das mache ich sehr gerne. Denn mir ist nämlich aufgefallen, Take It Easy von den Eagles, das hat einen Groove, den ich auch in einem anderen Video von mir schon mal gezeigt habe, nämlich in den Anfänger Grooves. Und ich zeige dir in diesem Video nicht exakt genau die Baseline, die der Bassist von den Eagles spielt, denn dann wäre das Video ja auch sehr, sehr lange, sondern ich zeige dir, wie du mit diesem Groove, mit einem und diesen Anfänger Grooves, mit den Akkorden, die das Stück natürlich hat, wie du da eine eigene Basslinie zu spielen kannst. Die Basslinie ist natürlich sehr ähnlich zu dem, wie der Bassist von den Eagles spielt. Es ist halt nicht die ganz genaue Basslinie mit all seinen Fill-Ins und all seinen kleinen Licks und Tricks, sondern im Endeffekt eine sehr basismäßige Basslinie, wo man erstmal quasi den Grundgroove dazu spielt, ohne die ganzen Übergänge und ohne die ganzen Licks und Fills. Aber trotzdem kann man da natürlich eine ganze Menge bei lernen und vor allen Dingen am Endeffekt kann man am Ende das Stück Take It Easy von den Eagles spielen. Das Stück hat insgesamt drei verschiedene Teile. Jetzt ist das immer so eine Sache, wie man die Teile nennt. Ich nenne das Ganze Vers, dann hat es ein Refrain und dann hat es eine Bridge. Jeder dieser Teile geht acht Takte und in diesen acht Takten haben wir dann quasi Akkorde. Und wir tun den Rhythmus oder den Groove, den ich dir jetzt gleich zeigen werde, einfach auf die Akkorde anwenden. Fangen wir einfach mal an. Der Groove, den wir brauchen, ist folgender. Ich mache das mal auf dem Ton D. Drei und vier und eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und. Das ist der Rhythmus. Also quasi immer auf eins, auf zwei und und auf drei. Den Rhythmus brauchen wir jetzt oder diesen Groove brauchen wir jetzt die ganze Zeit. Und wir müssen das Ganze jetzt nicht nur auf dem Ton D logischerweise spielen, sondern jeweils auf den Grundtönen von den Akkorden, die im Stück vorkommen. Wie gesagt, wir haben drei verschiedene Teile. Wir schalten uns jeden Teil einzeln an und am Ende spielen wir alles nochmal zusammen. Lohnt sich quasi bis zum Ende dran zu bleiben. Du siehst jetzt hier eingeblendet neben mir das Akkordschema vom Vers. Acht Takte und mit den jeweiligen Akkorden und mit ihren Grundtönen dazu. Und jetzt muss man quasi jeweils pro Takt, wenn einmal der Akkord drin steht, das mit dem jeweiligen Grundton spielen. Das heißt, wenn da ein G-Dur steht, muss man das G spielen. Wenn man mit D-Dur spielt, muss man ein D stehen und so weiter und so fort. Wenn zwei Takte lang der Akkord da steht, muss man ihn quasi auch zwei Takte spielen. Und wenn nur noch einen halben Takt da steht, muss man auch noch einen halben Takt spielen. Wir müssen zuallererst quasi schauen, wo sind die einzelnen Grundtöne für die Akkorde und dann quasi den jeweiligen Groove so lang und so oft spielen, wie er quasi auch taktmäßig vorkommt. Klingt alles komplizierter, alles ist. Fangen wir einfach erst mal an. Und zwar, ich orientiere mich auch bei der Grundtonauswahl, also wo wir den Ton spielen, ein bisschen daran, wie der Bassist von den Eagles das auf der Aufnahme tut. Los geht's. Erster Takt G. Wir könnten hier das G spielen. Wir könnten aber auch hier das G spielen, also quasi im fünften Bund auf der D-Seite. Der Bassist von den Eagles macht das so, deswegen spiele ich das auch hier. Das heißt, wir spielen den ersten Takt G-Dur. So, 1 und 2 und 3 und 4 und haben wir den ersten Takt gespielt. Im zweiten Takt folgt H genau das Gleiche. Müssen wir nicht nochmal machen. Im dritten Takt haben wir bei den ersten zwei Schlägen, also quasi bei 1 und 2, das G und bei 3, also ab der Hälfte des Taktes, wechselt das Ganze auf D. Das heißt, wir müssen quasi die ersten zwei Töne mit dem G spielen und den dritten Ton spielen wir dann quasi auf D. G klingt dann folgendermaßen. 1 und 2 und 3 und 4 und. Ja, weil ja quasi zur Hälfte des Taktes der Akkord auf die Dur wechselt. Machen wir es am besten gleich nochmal. 3 und 4 und. 1 und 2 und 3 und 4 und. Gut, dann haben wir das Ganze als nächstes den C-Dur-Akkord. Das C spielen wir hier im dritten Bund auf der A-Seite. Müssen wir auch da den Groove einmal spielen. 1 und 2 und 3 und 4 und. Und jetzt kommen eigentlich Wiederholungen, denn das G haben wir schon gespielt. Das heißt, wir müssen wieder zum G. 1 und 2 und 3 und 4. Dann zum D. 1 und 2 und 3. Zum C und 4 und. 1 und 2 und 3 und. Und zurück zum G. 1 und 2 und 3 und 4 und. Und damit hätten wir quasi den ganzen Vers schon einmal gespielt. Schnappt am besten gleich deinen Bass. Wir spielen den Vers einmal durch. 1 und 2 und 3 und 4 und. 1 und 2 und 3 und 4 und. Und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und das wäre der Vers. Erster Teil. Kommen wir zum nächsten Teil. Auch jetzt ist wieder was eingeblendet. Nämlich die Akkordstruktur vom Refrain. Das sind natürlich logischerweise ganz andere Akkorde. Falls du mit der Akkordschrift noch nicht so vertraut bist. Em bedeutet E-Moll. Und einfach Großbuchstabe bedeutet Dur. Da steht quasi kein D oder so für Dur nochmal dazu. Sondern E-Moll heißt, wird einfach als Akkordschrift Em aufgeschrieben. Und bei Dur-Akkorden gibt es nichts dazu. Das weiß man sozusagen quasi einfach, dass das als Dur-Akkord gemeint ist. Aber im Endeffekt ist es für uns auch ein bisschen egal, ob das jetzt ein Moll- und Dur-Akkord ist. Wichtig ist für uns, wie der Grundton lautet. Und da heißt E. Und da ist es eigentlich wurscht, ob das jetzt ein E-Moll oder ein E-Dur ist. Das wäre wichtig, wenn wir irgendwelche Fill-Ins spielen wollen oder irgendwelche Übergänge. Dann ist für uns wichtig, ob das ein Dur- oder ein Moll-Akkord ist. Weil dann hängen unsere Töne, die wir für die Fill-Ins gebrauchen können, davon ab. So, legen wir mal los. Welchen Ton spielen wir? Wir brauchen das E für E-Moll. Und das E spielen wir einfach hier. Wie gesagt, ich orientiere mich ja daran, wie das der Bassist von den Eagles auf der Originalaufnahme macht. So, da haben wir jetzt hier quasi zwei Takte lang E für E-Moll. Eins und zwei und drei und vier. Das Ganze kommt dann nochmal. Und dann wiederholt sich das im Endeffekt. Das C hatten wir schon im Teil davor. Den spielen wir hier, das C. Dann, wie gesagt, ich orientiere mich an der Version von den Eagles. Beim G spielen wir diesmal nicht dieses G hier, sondern hier das tiefe G. Also im dritten Bund auf der E-Seite. Dann beim A-Moll spielen wir hier das A im fünften Bund auf der E-Seite. Äh, auf der E-Seite, Entschuldigung. Dann proben wir wieder das C. Das hatten wir schon. Hier im dritten Bund auf der A-Seite. Und das Ganze hört dann wieder hier beim E auf. Also quasi E, E, C hier im dritten Bund auf der A-Seite. G im dritten Bund auf der E-Seite. A wieder zum C. Das greife ich dann hier mit dem zweiten Finger. Denn ich will ja dann wieder hoch zum E für E-Moll. Okay, probieren wir das auch gleich mal insgesamt zu spielen. Wie gesagt, wenn du dein Bass noch nicht geschnappt hast, nehmen wir ihn jetzt am besten gleich. Das spielen wir uns zusammen. Drei und vier und. Eins und zwei und drei und vier. Nochmal E-Moll. Eins und zwei und drei und vier zum C-Dur. Eins und zwei und drei und vier zum G. Eins und zwei und drei und vier und. Eins und zwei und drei und vier. Jetzt zum C. Eins und zwei und drei und vier und zum E wieder. Eins und zwei und drei und vier. Und gleich nochmal E. Eins und zwei und drei und vier und. Gut. Wenn du noch irgendwo Probleme haben solltest, spiel das einfach so lange zum Video dazu. Das heißt, spiel einfach immer wieder zurück, bis du diesen Teil sicher spielen kannst. Denn nachher spielen wir die Sachen einfach einmal alle am Stück und dann solltest du die schon gut beherrschen. Kommen wir zum letzten Teil, zur Bridge. Oder man kann im Endeffekt auch einen Chorus nach dem Chorus nennen. Ist im Endeffekt auch eigentlich nicht so wahnsinnig wichtig, wie man das nennt. Wichtig ist, dass man der Sache einen Namen gibt, damit man einfach immer weiß, von was man da gerade redet. Falls du das gerne nochmal irgendwie nachschauen willst, wie ich am besten finde, dass man sich Songs auswendig drauf lernen kann. Ich habe da oder auswendig auswendig lernen kann oder neue Songs lernen kann. Da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, wie du am schnellsten neue Songs auf dem Bass lernst. Verlinke ich hier auch am besten mal. Wie gesagt, wir kommen zur Bridge. Auch da findest du hier jetzt wieder die Akkorde. Das sind auch wieder acht Takte. Das sind jetzt alles Akkorde, die wir auch schon gemacht haben. Müssen wir uns nur noch entscheiden und müssen uns nur noch anschauen, wo wir den jeweiligen Grundton spielen. Los geht es wieder mit dem C hier im dritten Bund auf der A-Seite. Und wir nehmen jetzt das G wieder auch hier tief, also wieder im dritten Bund auf der E-Seite. Dann wieder das C hier, dritten Bund A. G wieder dritten Bund auf der E-Seite. Und das hatten wir im Endeffekt auch schon. Hier das A-Moll im fünften Bund. Also quasi das A im fünften Bund auf der E-Seite. Und dann das C hier im dritten Bund auf der A-Seite. Hatten wir quasi in dem Teil jetzt auch dann schon. Und zum Schluss zwei Takte G. Und dann spielen wir das G wieder hier oben, quasi im fünften Bund auf der D-Seite. Okay, dann versuchen wir das einmal insgesamt zu spielen. Drei und vier und eins und zwei und drei und vier. Zum G. Eins und zwei und drei und vier. Vier wieder zum C. Eins und zwei und drei und vier. Wieder zum G. Eins und zwei und drei und vier. Jetzt zum A. Eins und zwei und drei und vier. Zum C. Eins und zwei und drei und vier. Und zum hohen G. Eins und zwei und drei und vier. Eins und zwei und drei und vier. So, das wären jetzt alle drei Teile, sind wir die einzelnen mal durchgegangen und jetzt spielen wir zum Abschluss einfach nochmal alle drei Teile nacheinander. Da habe ich auch ein kleines Play-Along vorbereitet. Apropos Play-Along, apropos PDF, apropos Blog und so weiter und so fort. Ich habe da einen Blog vorbereitet mit einem Play-Along und wo du dir auch das PDF nochmal runterladen kannst. Das sind sowohl diese Akkorde, die du hier eingeblendet gesehen hast, noch mal darauf, als auch die Basslinie, wie ich es jetzt quasi gespielt habe, sowohl als Tabulatur als auch in Notenform. Quasi das voll rundum sorglos Paket, um die Basslinie so nochmal zu üben. Kannst du dir gerne anschauen, habe ich hier unten drunter verlinkt, ist völlig kostenlos, kannst du dir einfach mal anschauen. Ja, wie gesagt, wir spielen das jetzt zum Schluss nochmal zum Play-Along zusammen durch. Ich danke dir erstmal soweit fürs Zuschauen. Vielen Dank, falls du noch irgendwelche Anregungen hast, weil du denkst, Alex, mach doch da bitte mal ein Video zu, mach doch da mal ein Video zu. Ich würde gerne mal wissen, was du davon hältst, wie du das spielst und so weiter und so fort. Schreib mir das einfach in die Kommentare oder schreib mir einfach eine E-Mail. E-Mail-Adresse findest du auf meiner Webseite oder schreib mir da in die Kommentare auf meinem Blog. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Du kannst gerne alle Möglichkeiten davon nutzen. Jetzt spielen wir das insgesamt noch einmal durch. Vers, Rev, Bridge von Take It Easy, von den Eagles. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.